Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Bad von Raft. Man kann es nicht glauben, wir haben es tatsächlich geschafft einen Haiköder zu basteln. Unglaublich und den werden wir auch gleich ins Wasser schmeißen. Wird es jetzt hell oder dunkel? Ich habe keine Ahnung, ich habe immer noch kein Bett. Aber ich hoffe, dass der Hai bald anbeißt und dass wir... Ja, ist schon so weit. Und dass wir dann schnell hier weiter ernten dürfen. So. Gleich mal alles mitnehmen. So. Hier den ganzen Schrott mit. Die Steine. Jetzt haben wir wieder eine Flosse und eine Sauerstoffflasche, eine vernünftige. Jetzt geht da schon was weiter. So, schön einpacken. So. So, mal Luft holen inzwischen. So. Und wieder abwärts. Was man auch brauchen, sind ganz viel Erze. Das wäre halt auch nicht schlecht. Na nö. Da dachte ich gerade, wieso kann ich den Seetan jetzt nicht nehmen. Was ist denn da jetzt kaputt? So. So, schnell einsammeln. Alles, was nicht nid- und nagelfest ist. Ja. Hoch. Lecky, leck, lecky. Warum auch immer. So, mal schnell Luft holen. Ich fürchte, der Haifisch wird nicht mehr beschäftigt sein. Es war sehr schwer, jetzt endlich mal einen passenden Fisch zu kriegen. Ja, jetzt hatten wir Glück. Jetzt wird es sich aber auch leider wieder anbieten, dass wir fischen. Weil jetzt haben wir ja ein bisschen Sand und ein bisschen Seetan gefunden. Was wollte ich mir denn bauen? Wie man dieses Explosiv für Pulver herstellt, habe ich nämlich auch überhaupt keine Ahnung. Das weiß ich überhaupt nicht. Woraus oder womit wir das herstellen können? Das wollte ich auch bauen. Oh Gott, ich wollte zu viel bauen. Wo, 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 wo mache ich weiter? Wie machen wir weiter? Ich lege das mal darin. So. Stein von mir aus auch. So, dann habe ich wieder ein bisschen Platz. Jo. Fisch kann ich auch darunter parken. Sind mir das noch die Planken derweil? Ja, jetzt habe ich wieder ein bisschen Platz. Jo, der Fisch ist lästig. Der ist richtig lästig. Und ich... Ist es echt schwer, einen Hering zu kriegen hier. Einen habe ich jetzt gefangen gehabt in... ...fünf Minuten. Tatsache ist, ich bräuchte die wieder ein. Nein, das ist nicht richtig. Seebrasse. Auch nicht unbedingt richtig. Ich sehe auch gerade, ich sollte wieder ernten und säen, weil die Möwe ist richtig hungrig. Das ist das kleine Mistviech. So. Na, würdest du? Ja, der Hai ist auch mega lästig. So. Das hätten wir jetzt auch angepflanzt. So. Für uns auch mal ein Schlückchen. So. Und wieder... ...Salzwasser nachschütten. So. Würdest du? Danke. Okay. So. Muss ich mal kurz klubschen. Für die Angel brauchte ich jetzt, glaube ich, Blanken, Seil. No? Geht nix? Geht nix mehr. Das war's, glaube ich, schon. Wo ist es denn da? Werkzeug. Angel. Blanke und Seil. Jawohl. Blanke und Seil. Seil. So. Heine Güte. Ist schon ein bisschen nervig. So. Und schwupp. Da wäre schon nicht schlecht, so ein Fischnetz auch irgendwie zu haben. Ui. Da Pa... Ach, ich dachte, der Paar wäre zu Ende. Alter, jetzt habe ich mich verlesen. Haben wir erst knapp sechs Minuten. Ruhig. Okay. Alles gut. So. Nochmal eine Seeprasse. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Akrele. Ich brauche einen Hering mit Haar. Bitte. Juhu. Es ist halt übel auch, wie wenig so ein Köder hält, ne? Kann es sein, dass du kein Wasser mehr hast? Sicher. Ja. Batterie ist alle. Nö, oder? Tatsächlich. Wie kann man eine Batterie aufladen? Vielleicht eine Leiterplatte? Kann nicht sein, oder? Wie kann man die wieder aufladen? Das weiß ich nicht. Ist die Batterie jetzt generell zum Wegschmeißen, oder? Meine Leiterplatte, weiß ich nicht, ob das funktionieren könnte. Also, Kunststoffkupscher, Kupscher. Verstehst du? Kupscher. Ach, Gottchen. Kupfer. So. Und Kunststoff. Ich stelle mir eine her, weil sie wurscht. Haben wir eh übrig. Kann ich die jetzt wieder? Nö. Ein Scharnier bräuchte ich dafür, warte mal. Ich probiere mal so einen Empfänger und eine Antenne zu bauen. Ich meine, es wird nichts bringen. Aber... Einfach nur mal so just for fun vielleicht. Aufmachen. Das brauche ich noch. Tauschen mit von mir, das ist derweil. So. Jetzt haben wir zwei von den Kunststoff und Blanke fehlt noch. Okay. Das kriegen wir, glaube ich, hin. Blanken. Könnte ich ja immer hier mal leer machen, ne? Habe ich jetzt genug? Ja. Den Empfänger kann sich schon mal bauen. Nötig zum Auffinden von Funksignalen in der Nähe. Okay. Da brauchen wir Schrott. Nochmal eine Leiter. Dingsbums. Da habe ich jetzt keinen Klipper. Warte. Vielleicht habe ich schon was in der Schmelze. Ja. Perfekt. Da haben wir eine. Antenne. Brauchen wir jetzt noch Schrott und Bolzen. Kann ich einen Bolzen? Ja. Theoretisch. Muss was weglegen. Wieder mal. So. Und Schrott brauche ich jetzt noch. Schrott. Gegen Blanke. So. Das haben wir jetzt auch. So. Mal schauen. Wo stellt man das jetzt am besten hin? Ich würde sagen, oben. Glaube ich. Da wäre so ein Tisch nicht schlecht. Irgendwie da so. Was brauche ich denn außer Blanken? Kunststoff. Blanken und Kunststoff. Schon wieder. Blanken. Tap, 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 tap. Und hier hinten haben wir Kunststoff. Einmal ein Tischchen. Kunststoff kommt wieder weg. Aufheben. Passt. So. Nächster Versuch. Ich baue das jetzt einfach mal da so hin. Mal schauen, ob es funktioniert. So ein schönes Tischchen. Ich würde sagen, ja, warum nicht so hin? Und da kommt jetzt, ich hoffe, das wird nicht kaputt, wenn es regnet. Ah. Das braucht sowieso kein, das kann so stehen. Aha. Aha, das kann eh so stehen. Okay. Okay. Dann kann ich den hier hin bauen. So circa in etwa. Würde sagen so. Und dann noch die Antenne dazu. So. Oh, das schaut scheiße aus. Das schaut doof aus. Warte mal. Ähm. Das schaut doof aus, weil ich glaube, die ist höher als gedacht. Ich glaube, die müsste ich schon... Wohin denn? Ich würde sagen, da. Passt immer noch nicht ganz. Alter. Ach so, warte. Da ist eh mit dem Kabel verbunden. Könnte ich sie auch genauso gut hierhin platzieren. Keine Ahnung, wie die richtig gehört. So. Dann nehmen wir das noch mit. Und stellen wir den da hin. So. Und jetzt. Eine Batterie wird benötigt. Wie bei allen Dingen. Aber das hätten wir jetzt schon mal. Alter, was für der Batteriemüll haben, ne? Da wäre aber echt schön, wenn wir was hätten zum Aufladen für Batterien. Schrott brauchen wir wieder einen Haufen. Da habe ich nichts mehr. Ja, und wie kann ich die... Wie kann ich die dann wieder aufladen? Gar nicht. Das ist nicht typisch Batterie. Einfach Müll oder was. Schön. Ähm. Ich will es jetzt aber noch nicht wegschmeißen, ehrlich gesagt. Weil es besteht ja immer noch eine kleine Hoffnung, dass es vielleicht doch noch irgendwie zum Reparieren geht. Was ich jetzt mache in Moos, ist noch ein bisschen angeln, weil ich brauche noch mal ein Hering. Damit wir noch ein bisschen Metalle da unten vielleicht ernten können und noch ein bisschen mehr Schrott. Schrott. Schrott, Schrott. Und dann, damit wir noch eine Batterie bauen können, damit wir wieder einen Empfänger da und so weiter, ne? Ja. Yes. Das kommt davon, wenn man mal still und heimlich was trinken möchte oder was nachschauen möchte und die Hand nicht auf die Maus hat, dann passieren solche Dinge. Da, 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 ich hätte gerne einen Hering, einen feinen, schönen Hering. Der wäre jetzt schön, der wäre jetzt schön, aber der Hering, der lässt auf sich warten, weil er ein Schlingel ist. So, Fischi, Fisch. Lachs. Ich will keinen Lachs, ich will einen Hering. Da hinten muss ich auch mal reparieren. Du bist schuld. Genau du. Genau du bist schuld. Genau du. Hering, Gott sei Dank. So. Haiköder herstellen. Oh, ich kann mehrere herstellen. Ach so, entweder oder. Wenn ich die... Ähm, was? Alles gut? Oh, ich habe Hunger. Okay. Jetzt habe ich umsonst den Fisch wieder reingeschmissen. Bin ja hungrig. Alter. Wie sie sich darauf quält. Ja, jetzt frisst er schon, ne? Und ich habe wieder einen Hering verschwendet. So. Jetzt nehme ich Mampf, Mampf, Mampf. Und schnell ein bisschen trinken. So. Und kann schon losgehen. So. So, schön den Zetang ernten. Gut, es scheint so, als wären wir jetzt gerade einmal rundherum. So. Platz habe ich gar keinen mehr. Das ist natürlich hervorragend. Wo ist denn mein blödes Floß? Boruk. So, nachdem das Viechlein einen Köter ja schon verspeist hat. Boah. Alter. Okay. Alter. Ich brauche Kunststoff, bitte. Ich brauche Kunststoff. Ach, Hupfengatsch. Komm her. So. Alter Schalter, ne? Dieses Haifischviech. So. Puh. So. Ich werde mal die Fische dabei lagern hier. Nur ausnahmsweise. So. Frist jetzt, du blödes Viech. Hä? Falsche Richtung. Beiß an. Ich möchte gerne weiterarbeiten hier. Der will mich ärgern. Hallo. Beiß an hier. Gott sei Dank. So. Jetzt schauen wir mal. Hier haben wir schon mal die ersten Erze. Oh. Was haben wir denn hier? Kann man hier rein? Rezept Fruchtkompott. Das haben wir auch schon leider. Haben wir noch Platz? Nein. Leider nicht. Das heißt, ich bringe mal ganz schnell unsere Sachen hier in Sicherheit. So. Ja. Den werde ich jetzt auch gleich ins Wasser hauen. so schnell runter. Oh Gott, ist das jetzt hier dunkel. Ich hätte schlafen gehen sollen. Ich deb. Hier. Das wollte ich jetzt noch mitnehmen. Ja, jetzt kommt ein Hai. Wird uns gleich wegessen. Ja. Das heißt, abhauen. Mach. Passt. Schwimmen. Ganz schnell hoch. Sehr gut. Wir haben einen Haufen Erze jetzt gefunden. Das ist sehr gut. Das ist wirklich sehr gut. So, wir müssen... Ich muss... Ich brauche mehr Kisten. Fällt mir gerade ein. Äh, ich muss mal... für Ordnung sorgen. Wäre auch nicht schlecht. Echt jetzt? Nee, ich sehe ihn nicht. Mal schön reinstechen. Tja. So. Auf dem Grill ist nix. Wie kann das sein? Das darf doch gar nicht sein. So. Gut. Dann... Dann... Äh... Mmh... Don habe ich da. Das passt perfekt. Machen wir wieder ein paar Don-Schälchen. Achso, da fehlen die Blanken. So. Oh, den brauche ich nicht. So, so. Und Rüben habe ich jetzt keine. Das heißt, es muss mit reinen Kartoffeln gehen. Ich hoffe, das klappt. Ich glaube nicht, dass reine Kartoffeln gehen. Ich glaube, da will er schon Rübe haben. Dann gehen wir halt noch Rübe holen. Zack. Und zack. Und der Bild trinken. So. Rübe, Rübe, Rübe. Kartoffeln. Rübe, Rübe, Rübe. Kartoffeln. Der Hai macht mich narisch. Dieses blöde Vieh. Er ist so lästig. Das ist unverschämt. So. Noch mehr Rüben. Noch mehr Kartoffeln. So. Jetzt werden wir mal das Gemüse wechseln. Na, würdest du? Dankeschön. Ich habe keinen Platz. Ich habe keinen Platz. Ich habe keinen Platz. Fürst mir ist... Alter. Alter, Axt geht's nicht, oder? Nein, kann ich nur sagen, Gebot machen. Okay. Ja, das geht auch nicht. Das geht alles nicht. So. Gut. Dann... Gemüse. Dann nehmen wir eine Kartoffel weg. Und dann fügt die Rübe hin. Dann kommt hier... So. Und so. Und so. Und so. Dann halt nicht. Oh no. So, schon mal. Aber jetzt. Haben wir Platz. Für nix habe ich Platz. Das ist super. Dann essen wir das hier mal. Dann platzieren wir das hier hin. So. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. So. Dann futtern wir das noch weg. Nom, nom, nom. Nom, nom, nom. Nom, nom, nom. Passt. Passt. Durchstieg sind wir eigentlich auch. Dann füllen wir das noch voll und trinken wir ein bisschen was. Passt. So, Bröstelchen. Bröstelchen. Passt. So. Einmal. zweimal. Zweimal. Dann dreimal. Ja, ja, ist schon gut. Äh, viermal. Und ein letztes Mal. So. Dann können wir wieder zur Schmelze schauen. Zu den Schmelzen. Zu den Schmelzen. Die tun brav. Das Erz verschmelzen. La, 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 la. So. Das passt. Das ist gut. Das Essen wäre fertig. Ist mir jetzt aber wurscht. Das ist nur die Frage. Wie schaut es mir in Haifischköder aus? Beschissen wahrscheinlich. Jetzt sind ja schon beide weggefressen. Dieses Mistviech. Wir müssen halt noch einen platzieren. Klatsch. Das sehe ich gerade. Ich merke gerade. Bolzen würde mir jetzt einer fehlen. Bolzen haben wir da. Blanke fehlt jetzt noch. Äh, hoppala. So. Da stellen wir gleich wieder einen her. Brauche ich eh gleich. Das kommt hier rein. Passt. Äh, ich laufe verkehrt. Total verkehrt. So kann man Zeit verschwenden. Alter. Das war jetzt Zeitverschwendung. Übel. Übel. Ich brauche Erze bitte. Jede Menge Erze. Jede Menge Erze. Da. Kupfer, glaube ich. Jede Menge Erze. Kupfer brauche ich nicht mehr so viel wie Erze. Mal auftauchen. Boah, da sind wir ganz schön tief jetzt. So, mal Luft holen zwischendurch. Da unten habe ich noch Seedang gesehen. So, jetzt geht's wieder. Gott sei Dank wird's heller. Der Hei ist auch schon wieder da. Jaja. Und seht, dann gehe ich mir noch holen. So. Da wäre noch schönes Erz. Schrott wäre noch schön gewesen. Und jetzt wird man eh wieder hoch. Das wäre mal gefressen. Da ist noch Erz. Na, mach. Okay. Jetzt muss ich weg. Jetzt muss ich weg. Mal kurz aufs Flößchen. So. Hopp. Unsere Beute in Sicherheit bringen. Kann man gleich wieder was schmelzen. So. Hui. Und der Part ist auch schon wieder zu Ende. Meine Güte, die Zeit vergeht so schnell. Das ist echt schlimm. Das ist richtig, richtig schlimm. Ich habe das Gefühl, wir haben wieder nichts zusammengebracht. Jaja, ich habe keinen Speer. Ach. Blanken brauche ich noch einen Haufen. Warte mal. Jetzt verbrate ich wieder meine ganzen, meine ganzen Erze hier. Das geht doch nicht. So. Einmal Speer erstellt. Kann ich gleich so tauschen. so. 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 Seetang habe ich mehr als genug. Das ist schon förmlich erschreckend. Das Kupfer tun wir hier rein. Metallbahn. Ja. Sollte hier noch Platz haben. So. Sand habe ich auch mehr als genug. Die nächsten Inseln müsste ich theoretisch nur noch absuchen für Erze, wenn es so weitergeht. Ah, Sauerstoffflasche ist auch schon bald wieder kaputt. Hurra, hurra. Ich bräuchte Planken. Alle Planken weg. Palmblatt. Alle Planken hier. Passt. So. Den Kunststoff kann man da wieder reinschmeißen. Das Seil. Und das hätte ich mir jetzt extra gesparen können. So. Metallbahn tun wir hier rein. Fischköder, also Haiköder. Ich sage immer Fischköder. Haiköder habe ich jetzt keinen mehr, ne? Na. Das heißt, ich muss wieder angeln, ne? Fürchte dich. Zack. Ui, der Part ist zu Ende. Na gut, ihr Lieben. Ich würde sagen, wir lassen es für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.